ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge state of decay den ersten angriff haben wir überlebt und ich merke gerade also entweder sind die von außen nicht sichtbar oder nach dem neuladen ist hier was an barrikadierung da war nicht mehr da ist alles wieder weg aber so ist das ach so ne wir wollten jetzt erstmal raus und dann die tür zu machen und was haben wir diese folge vor also hier steht immer noch ratschlag schlafbereich einrichten wird aber nicht erklärt wo wie wann was also ich komme hier so einigermaßen in dem spiel zurecht in der steuerung her aber wie man was spezielles macht oder so ich habe keine ahnung wird leider gar nicht mal so viel erklärt okay dann muss ich mich wohl haben wir die gerade mal abgeschüttelt muss auf die karte und will als erstes wollen wir den er ist schon markiert zu dem bruder den scheiß wohl ein bisschen nicht so gut zu gehen da scheinen gerade wohl noch mehr zombies am nach rücken zu sein ach ja mensch das spiel sieht doch jetzt grafisch gar nicht mal so anspruchsvoll aus und trotzdem rechnet sich das hier ein ab nehme ich aber mal ein noch intaktes auto ohr geiler schlitten auf jeden fall nehme ich den so müssen wir langen hier müssen wir rein so ein takt sieht ja jetzt schon allerdings gar nicht mehr aus wo aufs dach wollte ich eigentlich nicht ah nein die schrotflinte habe ich vergessen warte ich helfe dir oh diese komische schippe sehr schön zwei leuten haben wir geholfen okay wir wissen was da abgeht wir wissen genau was da abgeht okay ich weiß nicht über was er gerade geredet hat okay wo können wir hier ablenkung haupt schnell rein wir hauen erst mal die paar zombies hier über den haufen ja wohl was gibt es hier was gibt es hier irgendwas muss hier sein was 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 ist hier eine ablenkung hier liegt gegen ach nee das sind die leichten glaube ich oder sehr schön sehr schön sehr schön okay wir nehmen einfach nur ein zweites auto und fahren da rein keine ahnung was die für eine ablenkung meint beziehungsweise ach fuck das auto war ja mit dem kaputten reifen ach und uns hat sich hier aufs dach getreten ah verdammt ja du wartest hier wir machen wir machen lärm kann der noch fahren der geht noch okay fortschritt ablenkung aus was denn aus was soll wir denn machen was obst garten hier gibt es gibt sachen braucht man dazu wahrscheinlich die axt die ich natürlich mit der anderen habe okay laufen wir einfach mal rum also ich muss gestehen ich finde es echt ein bisschen undurchsichtig jetzt was immer mit aufgaben gemeint ist du bist jetzt hier irgendwo im nirgendwo ist keine ahnung und da steht scharf eine ablenkung kriegst ein gebiet angezeigt wo du das machen sollst aber womit sollen wir nebenan darin einfach gucken und auf den schädel und auf den schädel was zappelt sich denn das alles hier ein zusammen oh ja okay hier können wir durchsuchen vielleicht finden wir hier was mit dem wir krach machen können okay hier gibt es eine axt und das ist auch eine fette axt damit können wir schon mal die bäume fällen vielleicht macht das hier krach vielleicht fällt der fette baum irgendwo drauf oder ach ich habe keine ahnung okay an dem fette baum können wir nichts machen wie sieht es aus mit denen hier okay auch nicht ah da hinten steht eine kiste deswegen gibt es hier ressourcen oh 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 den haben wir sauber getrennt okay okay es waren jetzt ein paar ja ja ich stehe mich hier an wie der letzte mensch mensch ich will das auto zerstören aber irgendwas im inventar zum schießen um das zu ne was ist das hier für ein gerät hier können wir da irgendwas machen das sind nur paar kisten das klang jetzt gar nicht so gut kann man sich ja nicht angucken wie der da lang hinkt wir gehen hier jetzt nochmal rein und hoffen dass wir hier einen weckel kriegen wenn nicht müssen wir zurück zur wenn nicht müssen wir nämlich zurück zur base ok ein tischbein brauchen wir nicht molotov ok molotov können wir nehmen und können hinschmeißen wir sind jetzt einfach ein bisschen lauter wir sollen ja eh ablenken nichts gefunden nein nichts gefunden ist jetzt gar nicht so gut hier im medizinischen bereich auch nichts ich finde hier neben was nur ein schürhaken gibt es hier sonst noch irgendwo irgendwas nö ah das können wir auch noch versuchen hat gar nicht gesehen holzschläger perfekt perfekt yes zerstören wecker ok ich habe es verstanden ok wir rennen jetzt schnell hier hin zerstören wir haben wir benutzen stehen jetzt ok 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 steig ein kommit go 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 ok 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 der übertrift gelingt das mit dem teil nicht mehr ok kehren nach hause zurück wir versuchen mal ein etwas intakteres fahrzeug aufzugreifen unterwegs so in etwa so in etwa ja hau und und jemand und jemand ja wer hat Ich denke, ich habe meine Ankleidung oder so. Und nichts ist bremst, doch. Ein kleiner Bettrest, ich sollte gut in einem Tag oder so sein. Nur nicht erwartet, mich um die Stadt zu fahren, um Zombies zu holen. Okay, perfekt gebremst. Gefahr, trufsüchtiger gesichtet. Wo? Oh, okay. Oh, okay. You know nobody's supposed to go out there alone. Will you please give it a rest? You're not mom. And besides, I wasn't alone. Tell me you weren't with Eli Wilkerson again. That's none of your... I don't trust him. You know what his family's like. Eli's not his family. Just... Be careful, okay? I just got you back. I don't want to lose you again. Hey, have you seen dad recently? Now, the last time I saw him, he was going up to the lake to look for survivors. Sein Vater hatten wir doch, glaube ich, gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Schlafberei... Oh, ich... Ja, 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 ist ja okay. Mensch. Nur die Ruhe. Scheint noch... Okay, Fahrzeuglager, gucken wir mal. Okay, hier ist aber nichts drin. Ach, wir sind ja auch... Wir sind ja so gut. Wir sollten hier die ganzen Waffen, die wir haben, einlagern. Okay. Okay. Mein Vater war da da, der Tag. Du weißt, mein Vater, der seitdem er verloren hat. Was, was du mir sagst? Ja, ich glaube, es ist Zeit. Dein Vater... Er hat es nicht gemacht, Lilly. Ich bin sorry. Danke. Ich meine, ich habe es schon ziemlich kalt. Aber es ist gut, dass du es lautst. Du weißt, es ist schon ziemlich kalt. Nicht mal eine Träne verdrückt. Böller. Molotow, behalten wir mal. Wir wissen nicht, was bei dem Military Camper auf uns wartet. So, und... Genau da fahren wir jetzt hin. Das scheint echt noch voll intakt zu sein. Das ist einfach frontal... Gegen der Wand, ist alles gut. Ob die Mama rückwärts bleibt. Dann wird unsere Front nicht so verkratzt. So, wo müssen wir hin? Warum wird das nicht mehr angezeigt? Ah, hier. Okay. Ah, da stehen sogar Leute. Bist mich verarschen. We need some help here. A bunch of us are crammed into the church and we... Hey, let me stop you right there. This is not a rescue mission. Best thing you can do is go home, lock the doors, and shoot anyone paler than your average geek. Oh, Peppa? How can you just ignore this? Move along, please. Blöder Penner. Move along, please. Was? Nein. Das hättet ihr wohl gerne. Ihr Schweine. Das werdet ihr noch bereuen. Wenn wir es schaffen, wir nicht. Okay, dann gibt es jetzt schlechte Nachrichten für den ganzen anderen. Müssen wir mal gucken, was jetzt als nächste Mission gibt. Vor allem, wie geht es unserem Kollegen eigentlich? Tür zu? Sehr schön. Müssen wir einmal nachfragen. Okay, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der ist so unfreundlich. Ich glaube, ich muss... Okay. Oh, nee. Weigert sich? Die will nicht mitkommen, weil sie sich weigert. Okay. Okay. So, he'll come see Ed next? Koch, okay. So, der Kollege kommt mit. Jetzt, wir schnappen uns das Auto. Und gucken mal auf der... So, da ist das Auto. Das ist da hinten. Ich glaube, wir haben uns jetzt nicht den besten Weg ausgesucht. Was ist denn hier gerade mit dem Auto los? Halt, Freunde. Halt, halt, halt. Ich verstehe es nicht. Okay, wir müssen jetzt hier ein paar Zombies schmetzeln. Warum hat sich das Auto so schnell auf den Rücken gedreht? I don't understand. Okay, wir müssen hier einmal kurz was essen. Okay, und wir kommen hier nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück. Aber ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Müssen wir wieder zur Base und dann folgen wir doch der Straße. Und nach dem Weg, wir müssen gerade mal gucken. Ja, okay, das geht. Wenn wir hier rumfahren, ganz normal. Und dann anstatt rechts hier runter, fahren wir davor links. Und da kommen wir dann hinten hin. Wobei wir dann auch eigentlich... ...in Richtung Straße gehen könnten und hoffen, dass wir ein Auto finden. Ah, komm, die paar Meter laufen wir noch. Werden wir schon irgendwo irgendwas finden. Das seht ihr allerdings erst übermorgen in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat. Und langsam kommen wir ja so ein bisschen besser in das Ganze rein. Das hier mit dem Wecker haben wir schon verstanden. Dass wir auch nicht so viele Hinweise kriegen oder erwarten dürfen, wie wir vielleicht gerne hätten. Das haben wir jetzt auch kapiert. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Schreibt was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns übermorgen bei der nächsten Folge State of Decay wieder. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.